Nachdenkseiten Die kritische Website Die Legende von der Luftbrücke und die historischen Fakten Teil 2 Sie erschienen im Sommer 1948 am Himmel über West-Berlin und warfen Schokolade und Süßigkeiten an Fallschirmen, brachten Kohle, Lebensmittel und retteten die West-Berliner vorm Verhungern. So sagt es die Legende über die sogenannten Rosinenbomber. Bis heute, 75 Jahre später. Sie verhinderten, dass die Sowjets den Westteil der einstigen Reichshauptstadt kampflos wieder übernehmen konnten. Nichts anderes hatten sie vor, sagte die Legende ebenfalls. Und sie wird bis heute fleißig weitererzählt. Ein Blick in die umfangreiche Historikerliteratur zum Thema zeigt, dass die Legende der Luftbrücke und die heutigen politischen Erklärungen dazu die damalige Wirklichkeit verfälschen. Beim Lesen waren einige Kratzer am Lack der Rosinenbomber zu entdecken, hier zusammengetragen in einem historischen Faktencheck. Wollte Moskau West-Berlin aushungern und übernehmen? Der Historiker Christoph Kleesmann hob 1991 in seinem Buch »Die doppelte Staatsgründung – Deutsche Geschichte von 1945 bis 1955« hervor. Die sowjetische Blockade West-Berlins sei ein letzter massiver Versuch gewesen, die Bildung eines westdeutschen Staates doch noch zu verhindern. Sie war weder auf östlicher noch auf westlicher Seite Bestandteil einer langfristigen politischen Strategie. Für Kleesmann handelt es sich um ein Modell für die reaktive Mechanik der Konflikteskalation. Der Chef der sowjetischen Militäradministration SMAD, Marshal Vasily Sokolowski, habe seinem US-Gegenüber General Lucius Clay gesagt, dass Moskau einen westdeutschen Teilstaat verhindern wolle. Bei Gerald Wettig ist zu lesen, Sokolowski habe Clay erklärt, der Verkehr bleibe unterbrochen, bis die Westmächte darauf verzichten, einen separaten westdeutschen Staat zu errichten. Die sowjetische Führung unter Stalin sei längere Zeit davon ausgegangen, den Machtkampf um Berlin gewinnen zu können. Ihr Ziel sei unter anderem ein Friedensvertrag für ganz Deutschland gewesen. Doch mit der Zeit habe der Ausbau der Kapazitäten für die Luftbrücke nach West-Berlin und die negativen Folgen für die eigene Seite für ein Umdenken in Moskau gesorgt. Wilfried Loth betont, was andere gerne weglassen. Zitat Laut dem Historiker waren die Erfolgsaussichten Moskaus nur gering. Aber ein anderes Mittel war der Sowjetführung nicht mehr verblieben. Sie sei das Risiko eines gewaltigen Prestigeverlustes bewusst eingegangen, vermutet der Historiker. Zitat Der Rechtswissenschaftler Herbert Graf erinnert daran, dass Historiker in den seit 1991 zugänglichen sowjetischen Dokumenten keine Spur für die so oft behauptete aggressive antiwestliche Strategie und Planung Moskaus gefunden habe. Graf zitiert den Historiker Gunther May, der 1995 feststellte, dass die sowjetischen Maßnahmen keine Kriegstreiberei, sondern ein untaugliches Unternehmen die Westalliierten erneut an den Verhandlungstisch zu bringen darstellten. Beim österreichischen Historiker Rolf Steininger ist zu lesen, dass Stalin die Vertreter der Westmächte am 3. August 1948 empfing. Er habe ihnen mit größtem Nachdruck versichert, dass er ihre Truppen nicht aus West-Berlin vertreiben wolle. Stattdessen habe er ihnen erklärt, dass Moskau vier Mächteverhandlungen über Deutschland als Ziel habe. Sollte aber der Weststaat dennoch wie geplant gegründet werden, gäbe es nichts mehr, worüber man diskutieren könnte, wird Stalin zitiert. Zumindestens wussten die Westmächte jetzt, dass Stalin in Berlin keine militärische Gewalt anwenden würde, so Steininger. Und fügt hinzu, in Westdeutschland ging die Entwicklung den von dem Westalliierten vorgezeichneten Gang. Smad-Chef Marshal Vasily Sokolowski hatte laut Kleesmann bereits am 29. Juni 1948 gefordert, den Interzonenhandel wiederherzustellen. Im August vor 75 Jahren sei es zu alliierten Verhandlungen in Moskau gekommen, die mit einer Direktive an die Berliner Kommandanten endete, die Blockade aufzuheben und die Ostwährungen ganz Berlin einzuführen. Die entsprechende Direktive der vier Alliierten sei aber an der technischen Umsetzung gescheitert, so Kleesmann. Der Journalist Volker Koop erinnert an den Smad-Befehl Nr. 80 vom 24. Juli 1948. Mit dem wurde festgelegt, dass sich die 2,1 Millionen Westberliner im Ostteil anmelden konnten, um sich mit Lebensmittel und Brennstoffen versorgen zu lassen. Moskau habe damit versucht, dem damals schon erhobenen Vorwurf zu begegnen, es wolle die Menschen in den Westsektoren aushungern. Doch nur 103 Westberliner hätten bis zum März 1949 das genutzt zu Koop. Sie hungerten eher, als dieses Angebot anzunehmen. Sechstens. Reagierten die Westmächte nur mit einer Luftbrücke? Laut dem Historiker Wettig sind die Westmächte anfangs davon ausgegangen, dass die begonnene Luftbrücke nicht ausreichen würde, um in Westberlin bleiben zu können. Sie hätten versucht, mit Moskau über einen Kompromiss zu verhandeln, bei dem das gesamte Berlin in das Währungs- und Wirtschaftsgebiet der SBZ einbezogen worden wäre. Ihr Interesse sei es gewesen, ihre 1945 erworbenen Besatzungsrechte in Berlin dauerhaft zu sichern. Doch der Kompromiss sei gescheitert, weil die Sowjetunion weiter darauf bestand, dass die Westzonen nicht zu einem separaten Staat vereint werden sollten. Steininger bezeichnete es in seinem Buch als erstaunlich, dass der britische Militärgouverneur Robertson im Juli 1948 erneut versuchte, die Deutschlandfrage gemeinsam mit Moskau zu lösen. Dabei sollte auf einige sowjetische Forderungen eingegangen werden, bis hin zum Friedensvertrag für Gesamtdeutschland und der sowjetischen Mitkontrolle des Ruhrgebietes. Doch in den westlichen Hauptstädten wurde dieser Versuch abgelehnt, von der bisherigen Deutschlandpolitik abzukehren. Die Angst, der Kommunismus könne sich auch in Westdeutschland ausbreiten, war zu groß. Die Westmächte fürchteten laut Steininger zudem, eine deutsche Zentralregierung könnte unter sowjetischen Einfluss geraten. Der Historiker Wolfgang Benz erinnert an die Gegenblockade der westlichen Besatzungsmächte, die am 19. September 1948 begann. Damit sei der Zufluss von Waren aller Art aus den Westzonen in die Ostzone gestoppt worden. Lebensmittel durften selbst in Einkaufstaschen nicht mehr nach Ost-Berlin gebracht werden, wie auch das Verkehrsverbot in der britisch-US-amerikanischen B-Zone für sowjetische Fahrzeuge und solche mit Fahrziel SBZ. Der sowjetischen Haltung stand eine nicht minder harte und unnachgiebige Position seitens der westlichen Alliierten gegenüber. Besonders in Person des US-Kommandanten General Lucius Clay. Er befahl nicht nur die Luftbrücke, sondern schlug anfangs vor, die sowjetische Blockade mit einem bewaffneten Konvoi zu durchbrechen. Das wurde aber damals von Washington aus Angst vor einem möglichen kriegerischen Konflikt abgelehnt. Während aber gleichzeitig 60 Atomwaffentragende B-29-Bomber nach England verlegt wurden, wie Kleesmann schreibt. Er stellte fest, dass sich der Konflikt verselbstständigte und mit dem Anlass kaum noch etwas zu tun hatte. Die Wirtschaft in der sowjetischen Zone sei durch die westliche Gegenblockade empfindlich getroffen worden, betont Koop. Zum Teil hätten Betriebe ihre Produktion ganz einstellen müssen. Es gibt zwar viele Darstellungen über Blockade und Luftbrücke, so der Autor, aber nur wenige über die Auswirkungen der Gegenblockade, an der im Übrigen die westdeutsche Wirtschaft auch kein Interesse hatte. Die US-Militärbehörden hatten laut Koop bereits am 25. Juni 1948 sämtliche Bahntransporte innerhalb des Interzonenhandels in die SBZ untersagt. Die Transporte liefen nur noch über die Straße, bis sie im September ganz gestoppt wurden. Siebtens. Wem haben die Blockade und die Luftbrücke genutzt? Steininger bezeichnet die Blockade als einen der schwersten Fehler der sowjetischen Politik nach 1945. Der Grund? Wer im Sommer 1948 im Westen noch Zweifel an der Richtigkeit des angloamerikanischen Kurses gegenüber der Sowjetunion hatte, mit der Teilung Deutschlands als Konsequenz, dem wurden diese Zweifel jetzt durch die Brutalität der Blockade genommen. Westdeutsche und Westberliner hätten sich erstmals seit 1945 als Verbündete gefühlt. Gegenüber dem Hauptsieger und Hauptleidtragenden, des von Deutschen angezettelten Krieges, was der Historiker so nicht erwähnt. Die Sowjetunion habe die letzten Sympathien verloren, außer bei den Kommunisten. Die politische Bilanz der Blockade sei im Westen als sehr befriedigend empfunden worden, so Historiker Benz. War doch Washington laut Historiker Loth von Beginn aller Planungen für einen westdeutschen Staat darauf bedacht gewesen, die Westmächte nicht in den Augen der Deutschen als für die Spaltung der Nation verantwortlich erscheinen zu lassen. Worum es den Westmächten ging, erklärte laut Ralf Hartmann der spätere US-Außenminister John Foster Dules in einer Rede im Januar 1949 vor Schriftstellern in Paris. Dabei sagte der einflussreiche Bruder von CIA-Chef Alan Dules, Zu jeder Zeit hätte man die Situation in Berlin klären können. Die gegenwärtige Lage ist jedoch aus propagandistischen Gründen für die USA sehr vorteilhaft. Dabei gewinnen wir das Ansehen, die Bevölkerung von Berlin vor dem Hungertod bewahrt zu haben. Die Russen aber erhalten die ganze Schuld wegen ihrer Sperrmaßnahmen. Achtens. Welche Folgen hatten Blockade und Luftbrücke? Die Berliner Blockade führte im Ergebnis zu der bis 1990 andauernden Teilung Berlins, stellt wie andere Autoren auch Journalist Koop in seinem Buch fest. Das war nie Ziel der Sowjetunion gewesen, wie Historiker zeigen. Die Blockade sei für Moskau ein totaler Fehlschlag gewesen, ist bei Klessmann zu lesen. Ihr Ziel sei ins Gegenteil verkehrt worden und habe die Gründung der Bundesrepublik Deutschland noch befördert. Ebenso den antikommunistischen Konsens in Westdeutschland, Westeuropa und den USA. Alles, was Moskau erreichte, war laut Steininger. Mit wachsendem Erfolg der Luftbrücke, den Westdeutschen an der Seite der Westmächte und der Gewissheit, dass die Sowjets keinen Krieg beginnen würden, bekamen jene Kritiker recht, die von Anfang an gegen einen Neuanfang in der Deutschlandpolitik gewesen waren. Seit Herbst 1948 bestand für Anglo-Amerikaner keine Notwendigkeit mehr für einen Kompromiss mit der Sowjetunion. In den zehn Monaten nach Blockade Westberlins wandelte sich in großen Teilen der deutschen Bevölkerung die Grundstimmung, beschreibt Autograf eine der Folgen. Als Reaktion auf die Blockade-Maßnahmen entstand, was vorher nicht annähernd zu erkennen war, eine Allianz politischer Übereinstimmung nicht nur der Westberliner, sondern großer Teile der westdeutschen Bevölkerung mit der Haltung und Politik der Westalliierten. Die Sowjetunion hatte an Prestige, an Einfluss, an Vertrauen verloren. Vorher noch möglich erscheinende Chancen für eine neutrale gesamtdeutsche Lösung waren verspielt. Der Strategie der Westmächte kamen Blockade und Luftbrücke entgegen. Durch die Blockade Westberlins habe Moskau zweifellos, ungewollt und sicher unerwartet zugleich den Plänen der Gegenseite in die Hände gespielt. Zu den Folgen gehört laut Wettig eine breite Abwehrfront gegen die UdSSR im Westen sowie die beschleunigte Gründung der schon vorbereiteten NATO am 4. April 1949. In Westeuropa sei der Eindruck einer sowjetischen Bedrohung entstanden. In der Folge sei es mit UNO-Vermittlung zu Verhandlungen gekommen, die zum Ende der Blockade am 12. Mai 1949 führten. Die sowjetische Führung habe ihre Ziele in Berlin aufgegeben und die Präsenz der Westmächte inmitten der Sowjetzone dulden müssen. Ende August 1948 habe sich der Erfolg der Luftbrücke abgezeichnet, ist bei Loth zu lesen. Geblieben sei eine mittlere Krise, die die sowjetische Bedrohung im Westen materiell genug erschienen ließ, um eine Konsolidierung des Status Quo unter antikommunistischen Vorzeichen zu fördern, ohne dass die westlichen Positionen weiterhin ernsthaft gefährdet waren. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.